Hallihallo und herzlich Willkommen zurück im Gothic Sektor. Ich bin der Baume und wir sind live auf Twitch. Ich mag es. Hallo YouTube, du geiles Ding, du. Der Firefox lässt grüßen. Ich finde das voll toll. So schön verträumt, wie das da hochfliegt. Moin. Ach, wisst ihr, das wollte ich auch noch einbauen. Mache ich alles am Wochenende? Dieses, nächstes oder übernächstes? Ich gucke mal kurz in den Hangar rein. Wir hatten in der letzten Folge einen wunderschönen Meuchelmord an einem Chaos-Schiff vollzogen. Ah, das war so schön. Oh, das ist geil. Alles so gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Pass auf, pass auf, pass auf. Schlachtschiff. Oh. Okay, okay. Okay, Retribution oder Emperor. Ich habe mir, als ich gegen Computer gespielt habe und so skirmisch geplänkel, habe ich mir die Emperor geholt. Weil die Emperor hat eine unglaublich hohe Aufklärung. Der hat eine Aufklärung von 5.000. Emperor hat Aufklärung von 10.000. Es ist im Vergleich zu anderen Schiffen unglaublich langsam. Sind sie beide. Sind sie beide. Das sind beide Schlachtschiffe. Die sind sehr, sehr lahmarschig. Aber Emperor hat hier vorne am Bug wahnsinnig viel Antennengedöns dran. Was halt sehr gut für die Aufklärung ist. Problem ist, wenn der Bug zerstört wird, ist auch die Aufklärung dahin. Dann fällt es wieder runter auf 5.000. Schild ist bei beiden identisch. Tempo auch. Hier haben wir bei der, bei der Emperor... Ah, die Retribution hat anstatt der Sensoren, hat die Retribution, hat die, ähm, Torpedos. Das kennen wir ja von anderen Schiffen. Wir haben ja ganz, ganz, ganz viele Torpedos. Streufeuer, übelst weit. Ähm, auch nicht schlecht. Wir haben hier vier Hangars. Hangars habe ich bis jetzt noch gar nicht verwurstet, weil das eigentlich nicht sehr typisch für die Imperialen ist. Das ist mehr so Chaosflotte. Äh, da können Bomber starten und so weiter. Das ist ganz nett. Ähm, und wir haben ein paar... Huch, was war das denn? Lustig. Fall Damage im Weltraum. Und wir haben, äh, schwere Plasma-Makro-Batterien. Die sind auch ganz nett. Ähm, aber das Ding hier strotzt vor allen Dingen vor Waffen. Also die Retribution strotzt vor Waffen. Emperor hat unglaublich krasse Sensoren und schickt Bombengeschwader los. Die Frage ist, ähm, was wollen wir machen? Da frage ich jetzt mal einfach euch im Chat. Schreibt mal einfach, äh, Geschwader oder Waffen. Also wollen wir einen Flugzeugträger oder wollen wir halt ein übelstes Schlachtschiff? Das ist jetzt so die Frage. Und ne, Quatsch. Eigentlich wollte ich euch nicht fragen. Eigentlich, eigentlich wollte ich die Retribution nehmen. Aber ich frage euch trotzdem. Ähm, Retribution oder Emperor? Also, Flugzeugträger oder Schlachtschiff? Das ist jetzt die Frage. Waffen. Firefox ist für Waffen. Ich bin auch für Waffen. Bei den Flugzeugträger, den kenn ich schon. Der ist ganz nett, aber, äh, Waffen. Noch mehr Waffen, Waffen, Waffen. Das ist ja fast wie bei den Tau. Ahu, ahu, ahu. Waffelnbaume, immer Waffeln. Ivi, du bist albern. Ähm, gut. Dann nehmen wir die Retribution. Dann nehmen wir die Retribution. Ja, ja, ja. Konfutzl ist für ein Schlachtschiff, der alte Troll. Na gut. Ach nee, Quatsch, doch, doch, ja. Schlachtschiff heißt es. Okay. Nehme ich die Retribution. Waffen. Moor. Dakar. Ahu, ahu. Ah, schaut sie euch an. Schaut sie euch an. Guckt mal, also, also, äh, nur das, was wir uns verstehen. Hier haben wir angefangen, ne? Mit dem kleinen Putschi-Wutschi. Guckt mal, der hat hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs übelste, äh, äh, Kavum-Stars. Und dann hatten wir den hier. Der hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht übelste Kavum-Stars. Und hier vorne noch so ein Mega-Piu-Piu. Ja? Mega-Piu-Piu. Merkt euch das Fachbegriff. Wird später abgefragt. Der hier hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht übelste Kavum-Stars. Und hier vorne noch zwei übelste Piu-Piu's drauf. Und hier vorne mit den Torpedos, ne? Also, das sind die Pau-Paus. Aber der hier hat übelste Pau-Paus vorne dran. Pau, 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 Pau. Vier Stück. Pau, Pau, Pau. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Pau, 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 Pau. Und der hat hier oben auch nochmal zwei fette... Drei. Drei. Drei fette Piu-Piu's. Und der hat eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf fucking übelst krasse Kavum-Stars. Fachbegriffe über Fachbegriffe. Merkt euch das. Wenn ihr die nicht kennt, macht ihr euch auf der nächsten RPC lächerlich. So. Jetzt lasst mal gucken, was der für Werte hat. Ich wette, der hat eine ziemlich krasse Reichweite von... Wett... 12.000, 12.000, unbegrenzt. Gut. Da ist Aufklärung absolutes Schlüsselelement. Deshalb nehme ich mir gerne einen Aufklärungssensor mit. Weil wenn der nun erreicht... Nur eine... Nur eine... Der Däne? Da du ja leider noch keinen Subrutten hast, auf diese Weise Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Dankeschön. Dankeschön. Das wäre... Es wäre total geil, wenn... Wenn... Wenn ich das mitzählen könnte und das auf... Auf den Sub raufrechnen könnte, wenn er dann irgendwann mal kommt. Dankeschön für deine Subscription, lieber Däne. Fühl dich wohl. Mach's dir bequem. Ich investiere es in Pizza. Dankeschön. Baume spricht fließend Nerd. Evi, ich habe es so einfach wie möglich ausgedrückt. Ja? Schon... Pow, 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 pow. Genau. Mega Pew Pew Hype. Ähm. Gut. Jetzt will ich aber doch nochmal ein bisschen abnerden. Okay, äh, äh, Reichweite von 12.000, Reichweite von 12.000, Reichweite unbegrenzt, Scanner-Reichweite von 5.000. Da müssen wir dran arbeiten. Upgrades können wir noch keine reinstecken. Darum kriegt er auf jeden Fall den Aufklärungssensor. Sender. Der Sender. So, machen wir das Ding tanky. Ich will es nicht tankig machen, nein. Der kriegt auf jeden Fall auch einen Warpsprung. Warpsprung ist super. Äh, da können wir eigentlich noch eine Bombe reinwursten. Oder lieber ein Schild. Ein Schild ist auch cool. Hm. Der hält sowieso irre viel aus. Ich glaube, der kriegt ein Schild. Dann hält er noch irre viel mehr aus. Oder einfach mal noch zwei dicke Bomben. Die Stasis-Bombe hat sich eigentlich immer als gut erwiesen. Zumal ich halt gerne mit Lanzen unterwegs bin, die in die Stasis... ...reinballern können. Weil die schießen halt mit Lichtgeschwindigkeit. Alternative zu Lanzen sind die Makro-Batterien. Und die schießen halt Projektile. Die bleiben in der Stasis-Blase hängen. Und werden genauso verlangsamt wie die Schiffe, die da drin eingefroren werden. Schwierig. Schwierig. Was haben wir hier? Auguren-Distropter. Den habe ich noch nie benutzt. Bei jedem feindlichen Schiff in mittlerer Distanz zum eigenen Schiff verringert sich für kurze Zeit die Aufklärungsweite um 1.000. Das nehme ich einfach mal mit. Das hatten wir noch gar nicht. Und noch mehr Aufklärung. Och nö. Nö, nicht noch mehr Aufklärung. Lieber noch eine Bombe. Komm, nehmen wir noch eine Bombe mit. Eine ganz normale. Einfach nur eine, die Bumm macht. Oder? Ne, ein Schild. Oder? Oder? Eine Bombe? Eine Bombe oder eine Bombe? So. Okay. Haben wir ganz viel rumgewurstelt. Der hier drüben kriegt auch noch ein Upgrade. Der hat ja ein... Äh... Der Admiral wurde ja befördert. Das heißt, wir können die Auguren ein wenig verbessern, damit der Scanner weitergeht. Das ist übrigens das Erste, was ich hier oben auch bei dem leveln werde. Bessere, bessere Auguren. Also bessere Sichtweite von dem Schiff. Und der kriegt auch noch ein neues Crewmitglied. Nämlich noch einen Meisterschützen, damit er noch mehr Dagger macht. Du kriegst auch Meisterschützen, ja. So. Dann haben wir jetzt alle Schiffe. Ich glaube, mehr werden es nicht. Wir haben zwei Schlachtkreuzer, ein Schlachtschiff, drei Kreuzer und vier leichte Kreuzer. Nein, ich glaube, wir können bis zu vier Kreuzer haben. Aber auf jeden Fall nur zwei Schlachtkreuzer und ein Schlachtschiff. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Dann haben wir jetzt mal endlich einen übelst geilen Scheiß. Meine Fresse. Wir haben den geilsten Scheiß, den es gibt in der Hood. Den nehmen wir jetzt mit ins nächste Gefecht. Alles in Waffen, alles kaputt schlagen. Okay, Silberdorn. Wir werden schon noch alles kaputt schlagen. Wir beenden jetzt diesen wunderbaren Zug und gucken, was da kommt. 144. 144. Jawohl! Wir haben ein großes Seuchenschiff. Wir haben ein großes Seuchenschiff, auf dem eine Geisterseuche tobt. Weshalb sie auch durchs Weltall reisen kann und unsere Schiffe infizieren kann. Denn das ist eine Geisterseuche. Geister geben einen Scheiß auf Weltraum. Wenn es kleine Bakterien sind. Geisterbakterien. Also untote Bakterien, die einfach nur übelst angepisst sind. Ein weiteres Elite-Schiff der Chaosflotte. Das werden wir auf jeden Fall vernichten. Diesmal einem weiteren Chaos-Gott gewidmet. Tscheche. Ah, Tchensch. Tchensch. The Lord of Change. Den haben wir ja nun umgehauen. Jetzt ist Nurgle gerade dran. Der nächste. Der lustige solchen Pestilenz-Dude. Mal eine Frage, Baume. Die Kanonen an der Seite. Sind die auf beiden Seiten oder nur auf einer? Die sind auf beiden Seiten. Links und rechts. Das kann aber immer nur eine von beiden Seiten schießen. Das ist komisch. Ich weiß. Nee, kann sie nicht. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Dr. P.P. Ein wunderschönes Hallöchen. Grüß dich. Grüß, Baume. Wie ist zu Milo, Amelor und dir legendäre Chaos-Schiffe sind cool. Genau. Schnauze. Genau. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Dankeschön. Ziii-Nch. 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 Okay. Ziii-Nch. Ich glaub da ja nicht so richtig dran. Aber egal. Kommt davon, wenn man nur die Bücher liest. Und sich nie irgendwas mal in bildenden Filmen anschaut. Weil es auch so unglaublich viele Warhammer 40k Filme gibt auf der Welt. Warum eigentlich nicht? Warum gibt's nur zwei? Ähm, vernichten sie die feindliche Flotte, zwingen sie sie zum Rückflug von Chaos-Schiffen und legendäre Schiffe, wo der Gesicht... Was ist das denn nun? Kreuzer... Ach, ein Kreuzerkampf. Ein stinknormaler Kreuzerkampf. Was? Das letzte Mal war es ein planetarer Angriff und jetzt ist es nur, in Anführungszeichen, nur ein Kreuzerkampf? Das ist ja wohl nicht wahr. Eines der Flaggschiffe des Chaos ist ohne besondere Missionen unterwegs. Wir gehen ihm einfach... Begegnen ihm quasi auf der... Auf der... Auf dem Highway des Weltraums und sagen so... Hey, Dude. Mach das nicht. Ähm. Ich nehm mir da lieber die hier mit, wenn ich alle drei schaffe mitzunehmen. Ah, schade. Ähm. Elf Punkte. Ach, komm schon. So ne Scheiße. Ne, dann nehmen wir die hier mit. Wir haben auf jeden Fall unsere Retribution mit dabei. Zwei Overlords ist okay. Da haben wir schon mal drei Schiffe mit einer unverschämt hohen Reichweite. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und dann nehm ich mir noch ein paar schöne Fregatten mit. Mit den schweren Lanzen. Vorne dran. Nein. Nein. Das reicht nicht ganz. Okay. Nehmen wir die Billigschiffe. Nein. Das macht keinen Unterschied. Egal wie teuer. Na gut. Dann nehmen wir eben... Zwei von diesen hier. Warum sind die eigentlich so teuer? Doppelmakrotürme. Okay. Komm, dann nehmen wir... Dann nehmen wir halt mal die mit den Doppelmakrotürmen. Bitte. Auf auf ins Gefecht. Ihr bekloppten Säcke. Für den Imperator. Und so. Wirst du Bescheid. Ah. Schau es dir an. Schau es dir an. Wie das so in drei Segmente unterteilt ist statt nur zwei. Wie bei allen anderen. Und dieses... Ne? Der übelste Turm da hinten drauf. Mit so einem kleinen Engel und so. Krasser Scheiß. Krasser Scheiß. Du kommst einfach hier hin. Du wirst von den Bleiden hier ein bisschen flankiert. Und ihr zwei dürft Stiften gehen. Mach ich so wie immer. Ach nee, Quatsch. Die kann ich ruhig auf Backbordseite einstellen. Feuer nach eigenem Ermessen. Und hin und wieder mal die Zielerfassung anwerfen. Schaut euch ja mal den fetten Arsch von dem Schiff an. Das hat doch wirklich auch mittlerweile schon einen Arsch. Das ist ja Wahnsinn. Die anderen sind nur so irgendwie so Hölzchen, die da irgendwo lang treiben. Und wir haben übelst viele, übelst viele Torpedos gerade eingesetzt. Okay, welches könnte das Flaggschiff des Gegners sein? Ich sehe jetzt gerade nur zwei. Das ist ein bisschen wenig. Das da hinten sieht sehr langsam aus. Das sieht sehr langsam aus. Vielleicht geht es aber auch gerade auf Schleichfahrt. Aber jetzt ist es verschwunden. Volle Salve Torpedos auf die Position, wo ihr es zuletzt gesehen habt. Schlauze da draußen. Das ist ja wohl nicht wahr. Scheiß Gefahre immer mit motorisierten Dingern. Es ist Sommer, Jungs. Sommer. Fahrt doch mal Fahrrad. Das macht mich so einen Krach. Wenn ihr eins habt. Entstanden. Aber auf Hardcore. Uhu, Dr. Pepe. Uhu, du spielst Battlefield auf Hardcore. Uhu. Viel Spaß. Ich spiele es eigentlich auch. Hardcore, also Eisenmann heißt doch nur, dass man nicht speichern kann, oder? Dass es automatisch speichert und man quasi, wenn man, wenn man, wenn man verkehft, dass man nicht einfach neu laden kann. Aber so spiele ich das Spiel ja eh, oder? So, volle Salve Torpedos. Los geht's. Irgendwas ist da hinten auf jeden Fall. Irgendwas, was man treffen kann. Irgendwas, was bluten wird. Sub, so was läuft hier so? Ach, Trollen, Sub schon wieder kreuz und quer durch Twitch. Das gefällt mir. Kiwi, was hier läuft? Wir haben ein übelst fettes Schiff gekriegt. Aber wirklich, es ist so groß. Es ist, es ist also wirklich, also es ist, es ist, es ist sehr, sehr groß. Es passt gerade so auf den Monitor. Warte kurz, irgendwas passiert. Ach, da hinten passiert. Was ist denn da hinten los? Hallo? Okay, du kriegst Priorität 2. Vermerk auf die Triebwerke. Vielleicht machen die kleinen Schiffchen da hinten irgendwas. Okay, warte halt, stopp. Hier passiert gerade was. Was ist das? Eine Stasis-Bombe? Ach, stimmt, ich hab ja Auguren. Haha, haha. Ich kann ja mal einen Scanner losschicken. So. Flup. Dann machst du mal einen kleinen Mikroworpsprung einfach zur Seite ganz gekommen. Nee, du kannst die flankieren. Und du pass mal bitte einfach auf, dass du da nicht direkt reinfliegst. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Nee, er steckt drin. Schade. Nicht den ganzen Antrieb verblasen. Hier ist das dicke Ding. Ah, ja. Einten Spoiler von Nurgle. Den hab ich auch noch nie gesehen. Oh, der kriegt auf jeden Fall oberste Priorität. Hier hinten ist auch noch irgendein was. Auch noch so ein Nurgle-Schiff. Merkt man immer an den schönen Eiterbeulen mit den kleinen schwarzen Punkten in der Mitte, die hier wachsen. Und der feuert auch schon fleißig auf meine Schiffchen. So, du fetter Batzen. Kriegst oberste Priorität. Auf jeden Fall Triebwerke zerschießen. Wenn die nicht mehr fliegen können, das ist das Geilste. Huch, ich hab aus dem Spiel geklickt. Wow, ich bin in ihm drin. Das hat sich so weird angefühlt. Wir gehen wieder zurück. Ist die Stasis-Bomb bald mal... Hallo? Die Kamera ist Wibble-D. Ich seh meine Maus nicht mehr. Huch. Ich hab irgendwas einge... Wo bin ich? Okay, okay. Alles wieder cool. Alles wieder cool. Alle Mann, wie ihr da steht, macht das Ding kaputt. Macht das Ding kaputt. So kaputt wie nur irgendwie möglich. Volle Ladung Torpedos. Huch. Fuck. Auf jeden Fall Schildge kaputt. Alles, alles auf Autocast stellen. Oh, die Lanzenbatterien von dem großen... Hol mal hier, sind so geil. Klemm dich hinten dran an das Teil. Klemm dich hinten dran. Und jetzt die Torpedos. Jawohl. Hat der hier schon eine Priorität gekriegt? Der hat er. Oh Gott, du gehst übelst in den Arsch. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Lass dich zurückfallen. Notfall-Reparaturen. Initiate Emergency Repairs. Setting course. Okay, ihr bleibt erstmal wie ihr seid. Und ruhig erstmal die Kleinen auseinander. Das nimmt euch keiner krumm. Oh, bei unserem dicken Brummer sind die Triebwerke kaputt. Das ist nicht gut. Das ist nicht okay. Kaputte Triebwerke sind voll scheiße. Das ist okay. Ich versuche erstmal gerade die Kleinen auseinanderzunehmen. Kommt. Oh Gott. Raus aus dem Ding. Raus aus dem Ding. Fuck. Schon wieder in der Stasis-Blase gefangen. Das Vieh ist echt langsam. Das ist wirklich wahnsinnig lahmarschig drauf. Das ist nicht schlimm. Dafür ist halt... Jetzt packen sie gleich noch eine Stasis-Scheiße hinterher. Ihr seid auf der Hammer. Können wir hier nochmal eine Reparatur anwerfen? Nein. Bei dir nicht. Bei dir können wir nochmal eine Reparatur anwerfen. Auch wenn er gerade nicht brennt. Exegue High Energy Turn. Wir könnten aber auch nochmal versuchen, das Schiff da hinten aufs Korn zu nehmen. Das hier vorne. So, Netra. Musst du auf jeden Fall sein Kurs ändern. Du kriegst die Autos... Was? Was? Der will flüchten? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kapitän erschroßen. Du bist viel zu mächtig, dass wir dich in den Warp springen lassen. Auch wenn wir dich gerade erst bekommen haben und bei dir alles zerstört wurde innerhalb der letzten paar Sekunden. Was macht denn hier so... Schießt du so weit, ja? Das ist krass. Der nimmt den echt vollkommen auseinander. Der nimmt den echt vollkommen auseinander. Auf die Entfernung. Der Flugzeug hat gestorben. Das ist echt das Harte bei Chaos, dass die so eine irre Reichweite haben, dass du nicht siehst, welche Schiffe auf dich feuern. Dass du einfach gutgläubig irgendwas auf die anderen ballerst und dich dann davon einlullen lässt, von dieser falschen Sicherheit. Okay, die Torpedos haben wenigstens gesessen. Können wir da nochmal entern? Entern-Manöver? Okay, nicht zu nah ran. Nicht zu nah ran. Dann nehmen wir extra Schaden wegen dem scheiß Pestilenzgedöns, womit die ausgestattet sind. Das wird jetzt eine hasige Nummer. So, da hinten dörbt das Ding rum. Alter Schwede, macht der einen Schaden. Man kriegt das gar nicht mit. Feuerst du überhaupt auf den? Ziel doch mal richtig. Ist auch schon wieder alles kaputt. Initiate die Notfallreparaturen. Ich kann nicht mal die Notfallreparaturen anwerfen. Das ist ja wirklich krass. Setz in Kurs. Setz in Kurs. Treffen die Torpedos wenigstens. Oh, Schilde. Bleibt stark. Huch. Gerade so noch weggesprungen. Nur um ihm vor die Flinte zu springen. Boah, ist das mies. Können wir hier nochmal entern? Der geht auch down. Boah, deren Flotte ist echt nicht schlecht. Also, puh. Kann ich den hier wenigstens noch zerschießen? Kriegen wir das hin? Torpedos abgefeuert. Jawohl. Orders received. Der dreht dabei. Okay. Okay. The Navigator will guide us out. Den großen werde ich nicht mehr packen. Den packe ich auf keinen Fall. Aber mit dem letzten Schiff werde ich noch fliehen. Auch wenn ich Warpsprünge eigentlich nicht mag. Aber den werde ich wenigstens noch in trockene Tücher nach Hause bringen. Boah, ist das Ding hart. Das ist echt hart. Ich habe dem gerade mal 200 Schaden abgezogen. Harte Nummer. Puh. Das war mal ein sehr viel anstrengenderer Kampf als das erste Championship von Chaos. Ah, das lief. Trollen? Ja, das kenne ich. Wenn man sich abends Bett fertig macht und übelst Bock auf ein Bier kriegt. Ja, und dann hat man keins da, ne? Ich glaube, man kriegt auch nur dann übelst Bock auf Bier, wenn man keins mehr da hat. Weil sonst würde man es sich einfach nehmen. So, jetzt wurden zwei Schiffe zerstört und wir haben nicht genug Ressourcen, um die wiederherstellen zu lassen. Das ist kacke. Das ist übelste Kerchmist. Und der hier ist im Warp verloren gegangen, nachdem ich den Notfall-Warp-Sprung gemacht habe. Geil! Das ist richtig geil. Das heißt, eigentlich hätte ich ihn auch schießen lassen können. Wie lange ist der jetzt weg? Für eine Runde? Verloren im Warp. Eine ganze Runde. Okay, gut. Der ist zerschossen. Den könnten wir reparieren. Oder dich hier dafür reparieren. Ich stecke mal ein paar Punkte in dich. Schade. Boah, fuck. Nochmal mache ich die Schlacht nicht. Nicht ohne mein Schlachtschiff. Das war ja krass. Baume, wieso hast du kein Star gelassen? Ähm. Weiß nicht. Weil das letzte Mal, als ich ein Star gelassen hatte, war es immer noch da, als ich wiedergekommen bin. Das fand ich komisch. So. Zurück zum Gotik-Sektor. Meine Güte, so eine Scheiße. Ja. No use for an egg. Wir haben morgen Freitag. Ich bin die Woche auch total verpeilt, dadurch, dass ich den Montagdienst da frei hatte. Kommt am Mittwoch auf Arbeit. Fühlt sich voll wie ein Montag an. Irgendwie dann aber doch nicht streamen und alles komisch. Meuchelmord. Als Verteidiger auch noch. Öh. Gegen ein Flaggschiff vom Chaos. Nee, 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 nee. Das ist die reingste Selbstmord-Mission. Nee, 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 nee. Okay, also nicht nochmal Kreuzerkampf gegen das. Boah, das ist aber auch ein böser Spoiler. Das sind die stärksten Schiffe, die es gibt im Spiel, ne? Ähm. Wagen wir mal einen Durchbruch. Zusammen mit einer imperialen Flotte. Das wäre schon ulkig. Wäre mal eine Abwechslung. Ein Kreuzerkampf. Hm. Was haben die da? Ach so, so eine Schreinwelt. Äh, das ist auch nicht schlecht. Portalwelten sind erstmal keine gefährdet. Okay, komm, dann machen wir hier einen Kreuzerkampf gegen die Elder. Auch wenn ich gerade nur noch Huns- und Kunstschiffe habe. Aber egal. Das machen wir jetzt noch schnell. Auch wenn es nur noch fünf Minuten sind. Gut. Eins, zwei, drei. Und, äh... Noch so viele Punkte. Puh, die anderen sind alle kaputt hier oben. Oh, jetzt bin ich hier mit solchen Lurch-Schiffen unterwegs. Der hier müsste eigentlich noch leveln, aber ich traue mir gar nicht mehr Schiffe mitzunehmen, die nicht gelevelt sind. Einfach weil die so... So wahnsinnig, äh... Nicht gut sind im Vergleich zu den anderen. Oh, guck mal hier. Die haben ja die verbesserten Torpedos. Ah. Okay, die nehme ich mit. Novas und Torpedos. Gut, dann wollen wir mal gucken. Fünf starke, hartgesottene Schiffe im Kampf gegen die Elder-Schwuchteln. Äh... Mit ihren merkwürdigen... Ich-darf-niemals-stehen-bleiben-Schiffen, weil... Weil ich komische... Holo-Feld-Generatoren habe, die in meine Geschwindigkeit gekoppelt sind. Höh... Eins... Zwo... Drei... Und zack... Und zack... Und los geht's. Und los geht's. So, Kreuzerkampf. Feuer nach eigenem Ermessen. Enter nach eigenem Ermessen. Schmeißt eure Bomben, wie ihr lustig seid. Provoziert, wie ihr lustig seid. Werft Stasis-Bomben, wie ihr glücklich seid. Und Torpedos und noch und nöcher. Huch. Und so eine Probe kann ich eigentlich auch mal abfeuern. Einfach nur mal, um es gemacht zu haben. Pew, 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 pew. Wie schnell die auch sind. Pew. Wie so eine kleine Spritze fliegt durch Weltall. Warum feuert denn ihr eigentlich gar nicht eure... Das ist so peinlich mit den zwei kleinen Schiffen, wenn man sieht, dass die bloß vier Torpedos abfeuern. Da landfeuern irgendwie acht. Pew, pew, pew. Achso, schön eng beieinander. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das passt schon. Oh. Halt! Stück zurück. Was ist dieser Sturm? Das muss ich mal gucken. Was machen die Elder mit diesem beklopften Sturm? Hoho, hier brennt gleich alles. Wunderschön. Zwei Blitzschläge und schon brennt alles. Vielleicht ist es gegen die Elder auch ganz gut, mit mehreren Schiffen vorzugehen. Überlegstrahlen. Und jetzt wieder alle umdrehen und auf die Angreifer beuern. Kriegen wir das hin? Okay, du gehst wahrscheinlich kaputt. Du gehst höchstwahrscheinlich kaputt. Mit dir können wir noch ein schnelles Selbstmord anbauen. Okay, okay. Oh, fuck, schon wieder eine Strasisbombe. Die haben einfach zu viele davon. Wieso kann ich denn hier nicht hinspringen? Da ist doch gar nichts im Weg. Wieso kann ich da nicht hinspringen? Jetzt sind die alle in der Strasisbombe drin. Weil ich es nicht rechtzeitig hinkriege, hier mal einen Wurzschung rauszumachen. Aber wo war denn da was im Weg? Da müssen ja unsichtbare Schiffe im Weg gewesen sein. Das ist doch kacke. Sowas kannst du doch nicht mit einberechnen. Okay, runter auf 3K. Lass sie rankommen. Die müssen sowieso ganz nah rankommen, die älter Schiffe. Da brauche ich eigentlich nur zu warten, dass ich einen nach dem anderen auseinandernehme. Los, kommt schon. Ballert nochmal drauf. Alter, verliert der schnell an Energie. Okay, jetzt ziehst du dich wirklich zurück. Wupp, wupp, wupp. Wuh. Okay, ich versuche es nochmal mit dem Ramm-Manöver. Ist er weggesprungen. Du machst dich ganz weit fort. Ganz weit fort gehst du. Okay, der kann sich nicht bewegen. Jetzt sind seine Schilder down. Sehr gut. Wallert doch mal auf den hier. Auf den hier. Okay, da springt er weg. Das ist gut. Da springt er genau in die Reichweite von meiner Nova-Kanone. Sehr gut. Und der hier hinten lebt immer noch. Wuh. Das war haarschhaft. Gut. Haben wir es. Seid ihr Alter sind gar nicht so schwer. Wir müssen immer alle auf einen Haufen hocken lassen. Und hoffen, dass wenn man eins ganz weit weg alleine wegschickt, dass die es nicht schaffen, da hinterher zu fliegen, um es kaputt zu machen. Bin ich asynchron? Ein bisschen. Das ist komisch. Gut. Okay. Ein Schiff verloren. Okay, die Dauntless. Ja, nicht so schlimm. Dass eins so schwer beschädigt ist, das ist so ein bisschen doofer. GG-Baume. Oh Mann, ich lasse es heute. Ah, läuft der Bartüberfall nicht? Firefox. Einfach so lange probieren, bis es wieder funktioniert. So funktioniert Glücksspiel. So. Ein Zug hätten wir ja noch. Aber die halbe Stunde ist voll. Ich mache einen Cut. Ich gucke nur vorher noch mal kurz in die Werft. Der hier ist... Den könnten wir reparieren. Der ist schwer beschädigt. Den werde ich auf jeden Fall reparieren. Und je nachdem... Der ist dann auf jeden Fall am Ende des Zuges repariert. Da müssen wir noch mal Punkte reinstecken. Okay. Wir haben noch einen Zug. Dann ist die Runde rum. Wenn die Runde rum ist, wird er auf jeden Fall wieder verfügbar sein. Und er hier auch. Also werde ich keine Punkte reinstecken. Der hier ist noch im Warp verirrt. Aber hier steht auch, dass es nur noch eine Runde dauert. Das heißt, nach der nächsten Schlacht durften wir den wieder haben. Den hier können wir auch noch mal... Ach Gott, das ist ja günstig. Aber mehr Punkte stecke ich nicht rein. Und der hier hat ein Level abgekriegt. Okay, da kann ich auch noch mal einen Crewmitglied bestimmen. Du kriegst einen Servitor. Genau. Wenn wir damit einmal anfangen, dann ziehen wir das auch durch. Und ein Upgrade. Dafür fehlt mir die Kohle. Okay, hab ja gerade alles in Reparaturen gesteckt. Das passt schon. Das ist halt eine Währung, mit der man arbeiten muss. Gut. Dann soll die Folge hier zu Ende sein. Ich weiß nicht, was machen wir denn in der nächsten? Ich müsste noch mal kurz über die taktische Karte schauen. Ich meine, einen Zug haben wir ja noch. Einzug haben wir noch. Wir haben noch eine... Was war das gerade? Ach ja, eine Durchbruchmission. Gegens Chaos. Das ist gut, weil gegen Chaos wollen wir eh vorgehen. Und dafür kriegen wir einen Bonus bei der imperialen Armee. Und wahrscheinlich wird das, ich hoffe, das wird eine Koop-Mission. Das heißt, dass uns quasi den CPU-Partner zur Seite stehen wird. Ich denke mal, das dürfte ganz interessant werden. Weil wenn ich da verliere, dann darf ich die Hälfte der Schuld auf den Computer schieben. Baume, kannst du nicht einfach ein paar Low-Fights machen, damit du levelst? Firefox, es gibt keine richtigen Low-Fights mehr. Nicht so richtig. Also, es lässt sich auch schwierig vorhersagen, weil das war jetzt gerade eben ein Kreuzerkampf. Beziehungsweise, na gut, okay, ich bin, was jetzt eigentlich das Gefährliche war, ist, dass ich gleich mit meinem neuen, superschweren Schlachtschiff gleich auf ein Champions-Schiff des Chaos draufgegangen bin und dabei alle meine Schiffe verloren habe. Das war eigentlich der große Fehler. Da ging es mir aber zu dem Zeitpunkt flottentechnisch richtig gut. Alle Schiffe waren top in Schuss. Schade. Voll für ein A. Das habe ich richtig tief ins Klo gegriffen. Das war einfach Pech. Das war richtiges Pech. War schlecht gespielt. Und jetzt muss ich, und genau das, was du sagst, mache ich gerade, Firefox, nämlich zu versuchen, meine Flotte wieder ein bisschen auf Vordermann zu bringen und wenn die stark genug ist, fliege ich wiederum einen Angriff gegen die, Gott, wie heißt sie? Gott, ich kann euch den Namen sagen. Ähm, Nemesis? Ne, die heißt nicht Nemesis, oder? Heißt sie Nemesis? Auf Terra. Keine Ahnung. Hier, guckt, da. Da, da, das Ding. Das Ding da. Seht ihr das? Das mit den, mit den Dingenskirchen dran. Hier, das da. Das ist, äh, ein Champion von Nurgle. Das war ein Schiff, was bereits, äh, zum Angriff auf Terra während des großen Horus verrat. Der Horus Heresae, ähm, Truppen nach Terra gebracht hat und, und Seuchen und Pestilenz verbreitet hat und, ne, ne, das ist eine Ehre, das Schiff zu zerstören. Eine Ehre, die Menschheit zu rächen für das, was es uns angerichtet hat, aber, aber ich hab's nicht geschafft. Vielleicht in der nächsten Folge. Mal gucken. Wenn wir den Zug beenden, ist die Runde rum, danach sind auf jeden Fall all die Schiffe, die kaputt gegangen sind, wieder repariert und dann, dann werde ich einen neuen Ansturm auf dieses Schiff wagen. Dann auf jeden Fall. Ja. Daumen drücken, ne? Bis zur nächsten Folge. Ich bin der Baume. Auf Wiederschauen und Reingehauen. Tschüssikowski.